So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Ja, ich hoffe, es geht dir gut, du bist entspannt. Es geht ja langsam aber sicher Richtung Wochenende, wunderbar. Deswegen werde ich jetzt nach dem Reading hier auf Angel Readings auch natürlich auf meinem Kanal Star Child die Energien zum Wochenende machen. Wir wollen ja immer wissen, was gibt es denn da am Wochenende zu sehen. Das machen wir dann aber am anderen Kanal. Und ich habe mir auch was überlegt. Ich gehe ja mit dem Zeit, mit der Zeit von YouTube mit. Na, da gibt es ja jetzt neuerdings diese Shorts. Das sind wohl irgendwie Videos, die so maximal eine Minute gehen. Und da habe ich mir überlegt, da könnt ihr mich am anderen Kanal morgens dann immer mal beobachten, wie ich völlig verpennt auf der Couch sitze und für euch eine Tageskarte ziehe. Aus dem Lenormand oder aus dem Tarot. Wir ziehen eine Tageskarte und schauen einfach nur mal ganz schnell rein, was ist heute los, welche Energie ist heute da. Das wollen wir einfach mal ausprobieren, wie das so ist. Kurz und knackig, zack, zack. Deswegen nennt man mich ja auch den King of Quickie. Also wer mitmachen möchte, gerne am Star Child Kanal vorbeischauen, abonnieren. Dann kriegst du jeden früh dein YouTube Short in Form der Tageskarte, die Tagesenergie. Was steht uns an dem jeneiligen Tag zur Verfügung? Aber wir wollen ja jetzt nicht über Tagesenergien reden. Wir schauen uns heute mal was Besonderes an. Und zwar die Frage, die auch sehr, sehr wichtig ist, wenn es jetzt gerade darum geht, Herzschmerz, Liebeskummer, Trennungsschmerz, Ungewissheit. Wie geht es weiter? Wo geht es lang? Sind denn da noch Gefühle bei ihm da? Das ist natürlich eine wichtige Frage. Na, wenn wir jetzt gleich sehen, nö, der hat dich schon völlig aus seinem Gedächtnis gestrichen. Kannst auch du deinen Weg weitergehen? Oder wir sehen, naja, der ist noch nicht so ganz über den Berg. Der hängt da gedanklich oder emotional schon noch an dir. Wäre natürlich ein Anhaltspunkt dafür, mal zu gucken, was kann man tun, um dem Wunschpartner wieder näher zu kommen. Aber das ist dann eher was für persönliche Liegungen, weil jede Situation ist da eben anders. Ja, und ich würde sagen, die ersten Mal muss ich in die Ecke rein. Sum, sum, sum. Einmal in die Ecke mit mir. Und dann brauchen wir natürlich noch ein Bild. Wir wollen bitte ein Bild. Liebe Regie, Regie. Orakel, Orakel. So, dann schauen wir mal rein. Ich bin gespannt. Wir wollen mal gucken, was wir da so sehen. Habe ich überhaupt da einen Ton? Hallo? Ja. Okay, gut. So, und da ist schon eine interessante Karte gefallen. Das sind Schwerter und zwar sind das die sechs Schwerter. So, bei den sechs Schwertern, ja, da geht es natürlich schon gern auch mal um eine notwendige Veränderung. Na, Schwerter sind ja auch so die Kopfkarten, Denkekarten. Und man sagt, ja, vielleicht sum, sum, sum dreht sich hier oben alles im Kreis, ja, und irgendwie sagt, naja, ich wollte eigentlich loslassen, wollte mich eigentlich trennen, wollte mich entfernen, aber irgendwie ist mein Kopf noch da, weil die Schwerter, wie gesagt, sind Kopfkarten, Denkekarten und bei den sechs Schwertern, ja, da geht es um eine notwendige Veränderung, aber auch um einen gemeinsamen Aufbruch. Du siehst ja, der Mann, der natürlich hier wieder am Rudern ist, was ist aus der Emanzipation geworden, der hat da noch jemanden dabei. Und das kannst gut und gerne auch du sein, ja, weil man sagt, okay, für beide ist da eine notwendige Veränderung, eine notwendige Veränderung nötig. Was für ein Deutscher, da gehörst auch du dazu bei dieser Karte, ja, also da, wenn es darum geht, hat er noch Gefühle für dich, da kommt die Veränderung, die jetzt da nötig ist und ein gemeinsamer Aufbruch. Kann ich mir schon vorstellen, dass er vielleicht auch einsieht, okay, ich habe nicht alles richtig gemacht, aber vielleicht ist seiner Meinung nach auch etwas da, was du vielleicht anders machen könntest, ne, vielleicht warst du zu eng, zu viel Eifersucht, keine Ahnung, gibt ja tausend verschiedene Dinge, aber offensichtlich geht es dir da, geht es ihm auch darum, dass du hier und da vielleicht auch mal Dinge anders wahrnehmen darfst, vielleicht hast du etwas falsch verstanden, ne, oder, oder, oder. Oder der Mond, das ist mal lustig, weil der Mond schaut vorne und hinten fast gleich aus, der Mond, ja, das sind natürlich auch schon mal seine Gedanken dazu. Also ich sehe schon, ja, wenn ich frage, sind da noch Gefühle da, da kommt der Mond und die sechs Schwerter, da macht sich einer vielleicht auch schon tatsächlich darüber Gedanken, okay, kann noch mal was werden, wenn, ja, wenn da er vielleicht auch Dinge anders angeht, sich in gewissen Dingen anders verhält, vielleicht kam da ja auch eine Erkenntnis, aber eben, ja, auch du, dass du hier vielleicht auch seiner Meinung nach Dinge anders machen solltest. Also da geht es vielleicht auch mal, ja, wenn es nicht getan hat, darüber zu reden, alle zwei, na, was willst du denn eigentlich von mir, na, und, oh, die Koffer, okay, also gut, jetzt macht die erste Reihe auch Sinn, na, also hier geht es für seiner Meinung nach darum, eine Veränderung herbeizuführen, wo man sagt, ja, da gehören, müssen beide an einem Strang ziehen, er erwartet irgendwie auch was von dir, schweres Gepäck, die Koffer, das kann natürlich auch gut sein, dass da vielleicht Themen waren, Diskussionen waren, Missverständnisse waren, dass er sich über seine Gefühle nicht so richtig im Klaren war, dass er sich das Leben vielleicht auch selber schwer gemacht hat und wie geht das? Natürlich mit Egon, gemeinsam kann man sich alles von Pontius zu Pilatus schlecht denken, na, also ich kann mir schon vorstellen, dass er da jede Menge Gepäck dabei hat und da wollen wir jetzt mal schauen, was er so draus macht, na, weil eigentlich die Frage war ja, sind denn da noch Gefühle da? So, und was haben wir da? Das sind zehn Kelche, so, und das ist ja, glaube ich, ja, das ist die höchste Liebeskarte. Bei den zehn Kelchen, da geht es auf jeden Fall um die höchste Liebe, um Wunscherfüllung, und da geht es auch um Zufriedenheit, na, also vielleicht hat sich ja dein Wunschpartner auch von dir getrennt oder zurückgezogen, weil da so eine gewisse Unzufriedenheit war, na, vielleicht sagt er, ja, hm, hier war schweres Gepäck, viel, viel denken, da hätte man vielleicht was anders machen müssen, hier geht es, ja, kriege ich jetzt vielleicht auch gerade so rein, vorzugsweise oder vornehmlich um, ja, Zufriedenheit, um, ja, Hingabe, also dass man schon hier sagt, ich möchte gerne das volle Paket Liebe haben, ja, aber dafür ist eine Veränderung nötig. Also, somit kann man schon sagen, und jetzt wird es interessant, er hat einen Plan, ja, er hat einen Plan, zumindest mal in seinem Mindset, in seinen, in seinen Gedanken, ja, wo er sich darüber Gedanken macht, ja, was kann ich denn tun oder was können wir denn tun, damit da was vorangeht oder damit Dinge besser laufen vielleicht wie im ersten Anlauf, na, die Blumen noch an der Stelle, ja, da geht es natürlich auch um Selbstwert, ne, ich nehme den Karten schon irgendwie ein Stück weit, dass er nicht so wirklich in seinem Selbstwert war, in dieser Partnerschaft, er war da vielleicht auch noch nicht so richtig angekommen, im Rückzug, ich sage ja immer, man merkt erst, was man hatte, wenn es weg ist, na, das könnte tatsächlich auch hier mal zutreffen, dass er an der Stelle sagt, ja, ich kann schon, ich kann mir schon vorstellen, hier volle Ladung in die Liebe reinzugehen, na, aber erst mal müssen sich gewisse Dinge ändern, ja, Servus, die lieben Lilien sind auch mal wieder am Start, okay, also das ist hier natürlich jetzt auf jeden Fall mal eine Reihe, wo ich dir sagen kann, dann da schaut es mal richtig schön aus, in der Energie, wenn ich frage, sind da noch Gefühle, die Zehnkelche, die Blumen, die Lilien, also wenn das keine Gefühle sind, dann weiß ich aber auch nicht mehr so recht, aber wie gesagt, da oben schaut es mir gerade irgendwie schon noch so aus, als wären da noch gewisse Dinge zu klären, zu regeln oder halt auch mal einen Fahrplan zu erstellen, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, wie wenn man in eine Partnerschaft wieder geht, in der, die mal beendet wurde und es wird vorher nicht geredet, ja, es wird vorher nicht besprochen, pass auf, was können wir jetzt anders machen, wo darfst du nicht draufdrücken, wo darf ich nicht draufdrücken, dass keiner an die Decke geht, ne, das muss man natürlich unbedingt vorher alles mal besprochen haben, ganz, ganz wichtig. Noch eine Schwerterkarte und da ist jetzt der König der Schwerter, Scharfsinn, Klugheit, Weisheit, Strategie, ja, Strategie, sage ich ja gerade, er hat einen Plan, der gute König hat einen Plan und da bin ich jetzt aber auch gleich mal gespannt, was es da mit auf sich hat, der König der Schwerter, das ist ja die höchste Schwerterkarte, also da sollte einer schon mal wirklich genau wissen, was er will, also vielleicht ist ja jetzt auch der Plan, das alles ganz zu beenden, vielleicht ist aber auch der Plan ein anderer, dann wollen wir mal schauen, was wir da noch kriegen. Ich bin gespannt, okay, jetzt wollen wir natürlich wissen, welchen Plan hat er denn überhaupt, ne, nein, wir weichen nicht von der Frage ab, die lautet ja, sind da noch Gefühle, und deswegen wird es gerade jetzt interessant, mit der Landkarte, okay, er hat zum Beispiel, er hat einen Plan und er hat auch ein Ziel, so, das ist natürlich auch nicht schlecht, also zumindest mal ist er nicht völlig in Gedanken umherirrend unterwegs und weiß gar nicht, was er will, ne, also er weiß zumindest schon mal, dass hier eine gemeinsame, notwendige Veränderung nötig ist bei euch beiden, ja, dass man da irgendwie hinkommt und einen Plan hat er auch, also er hat jetzt zumindest hier schon mal ein Ziel, ein Mann und ein Ziel, das ist natürlich auch nicht schlecht, vielleicht sehen wir noch, oh, die Brücken, okay, na, da, äh, schau einer an, die Brücken, klar, äh, Verbindung zwischen Menschen, Verbindung zwischen Themen, na, ähm, dass er diese Verbindung, die ihr habt, hier vielleicht auch mal irgendwie nochmal neu aufstellen will, neu anfangen will, weil wie wir ja hier gesehen haben, irgendwas passt, hat er, hat er nicht gepasst, er weiß vielleicht jetzt sogar, was es war, wie man das abstellen kann, dass man hier hinkommt und das Ziel, das er hat, er hat einen ganz klaren Plan, der gute König hat einen Plan, ähm, dass man da sagt, ja, es geht um eure Verbindung und da gibt es ein Ziel und da gibt es auch eine Strategie dazu. Also ich hoffe natürlich sehr, dass er dich das dann bald mal wissen lässt, was denn da so der Plan ist, ähm, weil wenn ich reinprache, hat er noch Gefühle über dich, da ist viel zu viel los, äh, rund um ihn, was dich betrifft, äh, von daher, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass er keine Gefühle mehr hat, na, äh, äh, noch eine Karte für einen Plan, im Endeffekt, ähm, die drei Stäbe, was sind die drei Stäbe, da geht einer nochmal in die Ruhe, ähm, da trifft einer seine Entscheidungen, ähm, geht auch ein Stück weit um Sehnsucht, ne, man, man sieht ja, der steht da so, schaut in die Welt hinaus und sagt, ja, wo zieht mich denn jetzt mein Leben hin, wo will ich hin, wo komme ich her, na, und da geht es aber schon darum, dass einer eigentlich eine Entscheidung schon getroffen hat. Bei den zwei Stäben, da überlegt da einer noch, was er überhaupt tun will, bei den drei Stäben, da geht es schon in eine bestimmte Richtung, also da wollen wir jetzt auch mal schauen, welche das denn jetzt so ist, so, nein, das waren zu viele, tja, also, neue Runde, neues Glück, okay, gut, also, es ist eine Uhr gefallen, ähm, da geht es natürlich ja um die Zeit, die Uhr ist bei mir eigentlich so eine Karte, wo ich sage, jetzt ist da was aktuell, es ist was an der Zeit, na, weil manchmal, ja, war da mal was, kommt da mal was, äh, wartet man da noch ewig, für mich ist die Uhr einfach die Karte, wo ich sehe, aha, es ist Zeit, ja, es ist Zeit für Entscheidungen in die richtige Richtung hoffentlich, das bleibt ja heute spannend bis zur letzten Karte, ich will gar nicht so lange rumquatschen, okay, jetzt schauen wir da noch mal rein, vielleicht deckt sich das ja mit der Karte, die war da, mit der Reihe rechts, wenn es im König der Schwerter, die drei Stäbe, ein kleines bisschen ähnlich, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, und ich sehe schon, was da gefallen ist, es ist ein Storch, das ist natürlich auch gerne mal die Karte für eine lange Reise, na, ein langer Weg, eine lange Reise, der Storch auch für Umbruch, Wandlung und Leichtigkeit, Leichtigkeit, also, ähm, um, äh, lange Rede, kurzer Sinn, wenn ich jetzt hier reinfrage für dich, und, ähm, du willst wissen, hat der denn überhaupt noch Gefühle für mich, könnte ich dir hier auf jeden Fall sagen, ja, aber, ich sehe schon, hier braucht es einiges an Veränderung, Dinge müssen anders angegangen werden, Dinge müssen anders angepasst werden, ähm, dass ihr hier in einen schönen Zustand kommt, äh, den er sich da so vorstellt, denn er hat auch hier einen Plan, ähm, und es ist auch Zeit, ähm, diesen Plan jetzt mal langsam umzusetzen, daher sehr, sehr spannendes Reading, muss ich schon sagen, mit der Frage, sind da noch Gefühle, ja, definitiv, und damit, ja, entlasse ich euch auch schon in den tollen Donnerstag, meine Lieben, ich würde sagen, ähm, ihr geht dann auch mal rüber zu Start Child und schaut da mal rein, vielleicht mache ich heute Abend mal meinen ersten YouTube Short, mal, mal schauen, die abends die Tageskarte für morgen, oder ich ziehe sie dann morgens, mhm, wenn ich aus den Augen schauen kann, muss ich mal gucken, he, he, ansonsten, ja, bleibt gesund, seid lieb zueinander, danke fürs Zuschauen, und wir sehen uns hier dann beim nächsten Video, Servus!